Ja Leute, heute ist wieder ein sehr entscheidender und wichtiger Tag für die Geschichte der Drogenpolitik und zwar legalisiert heute Kanada, Cannabis, also es war davor schon legal, aber jetzt wird es das offiziell so richtig in Shops zu kaufen geben und so. Ich wäre da gerne, um mir das Ganze anzugucken. Warte, ich probiere mal was. Ah, scheiße. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oder warte, einmal probiere ich es noch. Wow, es hat geklappt, ich bin in Kanada. Direkt bei den Niagara-Fällen. Jetzt muss ich mir erstmal direkt legales Weed holen. Mal schauen, wo es das hier gibt. Ich frage mal rum. You know where to buy some Weed? Weed is legal here. Where can I buy Weed? Wired. Wired.